Wie geht's uns, Parnell? Geht uns prächtig. Hast du einen Plan, wie wir mit diesem Ding fertig werden sollen? Na ja, wir sind in der Überzahl. Besser ausgerüstet. Zusammenbleiben, konzentriertes Feuer, guter Plan. Ja, ich hatte nur irgendwie was Raffinierteres erwartet. Von Clausewitz hat mal gesagt, der größte Feind eines guten Plans ist der Traum von einem Perfekt. Schon verstanden. Hatte der Parnell nicht einen Akzent? Andererseits hat Eisenhower gesagt, Pläne sind nutzlos, aber Planung unverzichtbar. Tschörodemo! Das ist gut, das glaub ich nicht. Ach, die Kuppel wieder. Nur zu, Eisenhower. Ja, die haben wir heute noch nicht gesehen. Wow. Wow, wow. Einfach drauf schießen. Die Sau. Einfach drauf schießen. Dann verschwindet es. So, die Frage ist, wo ist das jetzt? Okay, jetzt hab ich das Perk nicht genommen. Aber egal. Das war's. Ich glaub's auch nicht. Oh Gott. Das ist auf der Schneeseite. Anscheinend. Angeblich. Scheint angeblich. Ein paar Minen im Tunnel wäre auch nicht schlecht eigentlich. Oh, komm. Jetzt bin ich von der Pflanze geschluckt worden. Any help? Ja, nein, du greifst nicht mich an, sondern ich dich. Anscheinend. Ja, jetzt komm ich wieder hin. Schild ist schwach. Ah. Oh, Mann. Bleib immer hängen. Niedere Gesundheit? Was? Kann doch nicht wahr sein. Boah, auf jeden Fall ein Medic. Der ist hier irgendwo oben. Anscheinend. Ich weiß es nicht. Ich nehm's einfach mal an. So ein Schleicher ist das. Alter. Der hat falsche Spuren gelegt, der Arsch. Der hat falsche Spuren gelegt. Was soll ich hier irgendwo rauskommen bei mir? So, ich habe dich gekannt. Ja, hab ihn. Okay. Ich muss ihn haben. Habe ich ihn? Nee. Nee. Komm her. Ah, jetzt bin ich dann. Mödyk! Erzähl, wir laden. Schnell gefunden. Schnell weg. Feuer und auf das Ziel. Das lieber bei dem Stift-Faktor. Hab dich. Feuer! Bam! So macht er sein Scharfschütze. Fuck. Wo ist der? Alles okay. Boah, er zählt für mich weiter, wenn du stirbst. Du meinst die Wüstung genutzt. Bereit. Das Ding ist geschmackt. Wo ist es? Ich seh's gar nicht. Oh, jetzt werden wir so ein Viech erwischt. Ich bin vermutet. Toller Medik. Aber ansonsten, 80 Euro würde ich nicht sagen. Also, ich glaube, 80 Euro ist das Spiel nicht wert. Aber... Welches Spiel? Ja, hier... Wir wollen. Wir wollen. Ja. Würde ich auch nicht so geil machen. Ja, bei Steam ist immer teurer. Also, bei mir... Bei mir im Channel gibt's einen Link. 2G2Play. Ja, bei mir auch. 2G2Play. Das gibt's für... Ungefähr 40 Euro. Oder weniger. Das geht auch um alle DLCs. Ja, mit Monster-DLC, glaube ich. Oder ich glaube, die muss man... ...dann in-game eh kaufen. Fuck. Der ist hier oben, ne? Ah, jetzt bin ich da. Ach, komm. Ich war doch weit... ...weit genug weg von dem Scheiß. Alter! Kack Blasen von dem, Mann! Gar nicht so. Nee, kaum. Ich kann nicht anders. Ich hasse diese Blasen von dem. Die anscheinend... Ich flippe hier gleich aus. Ja, sehr schön. Hätte ich mal ein bisschen markiert. Ja, hab ich dich gerettet. Apfel mit Waffe. Auf die Blasen schießen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja. sehr schön sehr schön ich hab nur ihr wolf dem monster expansion pack was man damals so genau preordern konnte monster war expansion pack monster expansion pack preorder müssen wir kriegen wir mal gucken ob es da auch mit allen dlcs gibt aber wie gesagt 80 euro weiß ich nicht ich würde also für 80 euro würde ich echt knallhart sagen das spiel kostet 50 euro und alle dlcs 80 sagt der cat cox also 130 euro bei steam bei steam wahrscheinlich so 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 Finden wir das Ding und erledigen es. So. Oh ja, jetzt rennen wir schneller. Ähm, ja. Und wie schneller? Das ist so ne Art Labor. Sieht aus wie ne riesige Folterkammer. Ich frag mich, wenn ich... Ne, dann lauf ich genauso schnell. Zwei. Zwei viele Bau. Ja, fach du nicht. Also lecker hier nicht so. Ja, die hat doch hier nicht so. Ja, ich markier die aber ja, fürs Monster. Ach so, okay. Interessant. Ach, ist übrigens der Geist. Ah, super. Aber KI. Also... Ah, jetzt hab ich das Schild aktiviert. Ausgesehen. Egal. Ich hab was gefressen. Bevor das Ding fressen kann. Markiert das. War der hier? Der war hier gerade eben. Es hilft uns nicht weiter, wenn du stirbst, nur weil du die Rüstung benutzt. Ich glaub der... Da. Da vorne. Hier. Ah. 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 Ah, ist... Manchmal verwirrt mich das Viech echt. Das heißt, manchmal ständig. Was passiert denn hier? Schau, bin ich down. Manchmal! Was ist, sieht jemand? Hallo? Hallo?! Aber dann müssen wir jetzt kriegen. Schieß den Sack an den Arsch. Ja. Hey, Feuer auf den Guys! Sehr schön Das lautet immer wieder ein bisschen Komm schon, komm schon, komm schon Kann man den nicht verlangsamen oder so? Die Kuppel hat kein Saft mehr Wir haben den Wir haben den gleich Ah fuck Scheiße, wo ist der? Wir gehen alles wieder fort Ey Was vorne ist der noch? Äh ne, die Coins bleiben Solange du sie ausfübst Für Tickets Geist, tötet ihn Tschüss, passt weg Jetzt kommt sie schnell Was hat er? Scheiße, Alter Nein! Wir haben die Kuppel bereits Ich errichte die Arena Alles klar, Mann Maximaler Schad Da kann ich nichts Ja, der ist hier Gut Okay, der ist da Koppel, Koppel Ja, hier ist er Sehr schön Sehr schön So Ah Stufe 17 Du hast freigeschaltet Jetpack Aufladung Oh! Irgendeine Jetpack Aufladung Hab ich freigeschaltet Geil! Jetpack Aufladung Liebe ich Was hab ich noch? Es dauert schon lange Bis man Supersoldat Schrotflinte und Multiraketenwerfer äh Levelt Ich bin relativ schnell Deswegen sind auch die Zahlen etwas nütig Wir sind halt zu gut Da sind wir nochmal auf der Map Bis zum nächsten Mal Achtung Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.